Direkt ausklippen. Alles klar? Ja. Es ist wieder oben. Danke, Herr Junginger. So, dann in Deutschland, liebe Fotogramm am Kiesbettag der Sankt-Covid. Sollten Sie sich da bitte entfernen. Dankeschön. Hab ich nicht entschieden, ist halt so. Das war Sandra Junginger. Wer sind denn jetzt? Ja, sehr. Wie sind Sie da? Ich weiß noch nicht. Ja? Was war das nicht wieder raus? Doch, der ist. Corona-Gref als nächstes. Ja, Bruder. Ja, es war schon so. Ja, es ist der Kirschgefahr. 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 Vielen Dank.